Der nächste Schritt nach dem Kauf einer Unity-Split-Lizenz ist der Erwerb eines Unity-Split-Contracts. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Unity-Split-Contract mit Ultima kaufen können. Melden Sie sich auf der DeFiU-Website an. Standardmäßig wird das Dashboard, Unity-Split, geöffnet. Sie können zwischen den Dashboards wechseln, indem Sie auf die entsprechenden Schaltflächen in der rechten Ecke unter dem Empfehlungslink klicken. Wenn Sie die Seite nach unten scrollen, sehen Sie eine Liste der verfügbaren Produkte. Um einen Split-Vertrag zu kaufen, gehen Sie zur Registerkarte Unity-Split-Contracts. Wählen Sie den passenden Vertrag aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase – Kaufen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsart auszuwählen. Wählen Sie Ultima aus. Stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. Im geöffneten Fenster werden der Betrag in Form von Ultima-Tokens und die Adresse der Wallet angezeigt, an die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse ist auch als QR-Code zum Senden einer Transaktion über die mobile Anwendung verfügbar. Zum Bezahlen senden Sie den notwendigen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie auf eine Zahlungsbenachrichtigung. Fertig. Sie haben einen Split-Vertrag gekauft. Nach dem Kauf des Vertrags werden Sie sehen, dass sich die Werte im Widget Split License Usage in Ihrem Dashboard geändert haben. Der gekaufte Vertrag wird auch im Abschnitt My Contracts sichtbar sein. Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice und wir helfen Ihnen gern. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit.